Hallo zusammen, es ist Freitagmorgen. Wir haben 5.17 Uhr. Oh, da habe ich nicht mehr schlafen können, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal ein Gold-Update. Ich finde zwar, es ist nicht notwendig, weil da passiert nicht viel, aber ich wurde darum gebeten, dass ich da nochmal drüber schaue. Mache ich natürlich und für euch ist der Monatschart eine Kerze ein Monat. Wir handeln um 10 und 20 Monatslinien rum. Wir haben immer noch mit diesem Trend zu tun. Trend folgert ist neutral, Stochastik ist neutral, wir sind in der Mitte der Bänder. Die laufen weiter zusammen, also auf Monatssicht völlig neutral. Gucken wir mal auf Wochensicht. Fangen wir mit dem Trendfolger an, ist auf der Null-Linie, da passiert auch nichts. Da ist nichts zu sehen, Stochastik etwas weiter nach unten gerichtet, ja, also noch nichts Positives, keine Stabilisierung, gar nichts. Neutral bis leicht negativ. Auch hier 10 und 20, ich mache es mal ein bisschen größer, 10 und 20 Wochenlinie, hängen wir dran, ist nichts. Kann ich auch nicht sehen. Dann gehen wir auf den Tag und das ist im Prinzip genau das gleiche Spiel. Wir haben hier diesen Falls Breakout, sind wieder reingekommen. Das ist nicht viel, das sind ja nur 100 Punkte, das sind gerade mal 5%. Ich finde, das ist keine großartige Bewegung, aber wir sind wieder hier in dieser langgezogenen Range, die wir jetzt schon haben, seit Juni diesen Jahres. MACD neutral, gar nichts, weder auf traditionelle noch auf moderne Sichtweise, irgendein Signal. Oszillator knapp 150, auch im neutralen Bereich. Es ist kein frisches Signal. Schauen wir mal zu den Bändern. Die Bänder sind relativ weit. Wenn ich das jetzt mal, sagen wir mal, historisch betrachte, ja, das hier ist so ein normales Band von der Breite her, sowas hier. Ab und zu haben wir diese Eier rein, weil eine große Bewegung waren, aber da ist nichts. Das ist also, die gehen auch weiter zusammen, deutet darauf hin, dass die Volatilität sich weiter reduziert. Das letzte Mal habe ich geschrieben, ich erwarte, das war, wann war denn das? Das war am 23.11., ich erwarte einen Range Trade, dann waren wir hier und das ist auch weiterhin eins. Wir haben ein bisschen mehr Risiko, hier bis zum unteren Band, als Potenzial, weil ich habe einfach keinerlei positive Signale, gar nichts. Und wenn das so ist, dann muss man auch sagen, es gibt nicht immer Signale. Und Gold ist für mich ein, so wird auch die Headline gleich sein, absolutes Non-Event momentan. Da muss ich gar nicht drauf schauen. Das ist Zeit, die ich woanders investieren kann. Wir sind jetzt hier auf Tageslicht, so um die 200-Tage-Linie rum, hängen an der 10-Tage-Linie und die 20-Tage-Linie ist ein bisschen drüber. Da ist nichts zu wollen. Trotzdem, ich habe immer Scheine, die ich im Auge behalte. Für den Fall, dass wir das untere Band, dass wir dem unteren Band uns nähern, hätte ich so einen Schein hier. Das ist ein 1688er, da sind wir also noch, muss ein bisschen hoch machen, sind wir also noch hier drunter. Da sind wir irgendwo hier. Den gucke ich mir dann näher an. Im Moment hat der ein Hebel 20, der wird natürlich dann steigen. Das ist die GH81SA. Das ist hier eine gute Unterstützung. Das ist dieser Bereich um 17,10, 17,15. Das ist schon eine gute Unterstützung. Aber nochmal, ich wüsste jetzt nicht, was den da runterbringen sollte, den Goldpreis. Ich wüsste aber auch momentan nichts, was ich ihn hier hochschieben könnte. Für den Fall, dass wir nochmal an diesen Trend rangehen, vielleicht doch die obere Range hier sehen. Diese hier, habe ich auch einen Putsch schon im Petto und das ist der 1894er. Damit liegen wir hinter diesem Hoch, was wir gemacht haben im November. Das ist die GH5E97. Im Moment ein Hebel von 15. Aber ich sehe nicht, dass hier irgendwie was Nennenswertes passiert. Ich habe zumindest keine frischen Kauf- oder Verkaufssignale. Deswegen, ich sage, das bleibt ein Non-Event. Ich gucke da nicht drauf. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.